Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Donnerstag erwartet uns temperaturseitig ein recht angenehmer Tag. Das Quecksilber klettert dann nur noch bis auf 25 Grad. Sonnenschein dominiert das Wettergeschehen im Sendegebiet. Ab dem Nachmittag ziehen harmlose Wolken herein. Der Freitag wird ein schöner Tag mit viel Sonnenschein. Die Höchstwerte bewegen sich um die 28 Grad. Darf man den wetterfröschen Glauben schenken, dann erwarten uns am Samstag schweißtreibende 35 Grad. Den ganzen Tag über strahlt die Sonne ungetrübt von einem stahlblauen Westsachsenhimmel. Der Sonntag kommt dann recht wechselhaft daher. Bei Temperaturen nahe der 30 Grad Marke scheint überwiegend die Sonne. Wenn Wolken hereinziehen, könnte es den einen oder anderen gewittrigen Schauer geben.